Der DFB-Pokal ist in Berlin angekommen. Am 1. Juni treffen Bayern München und der VfB Stuttgart im Olympiastadion aufeinander. Bei der offiziellen Pokalübergabe im Roten Rathaus wurde der Pott von Titelverteidiger Borussia Dortmund an Finalgastgeber Berlin übergeben. Bayerns Sportdirektor Matthias Sammer freut sich auf das Spiel, eine Woche nach dem Champions-League-Kracher gegen den BVB. Heute sind wir hier, um über das Berliner Finale zu sprechen. Wir wissen natürlich, dass das irgendwo im Zusammenhang stehen wird mit dem Spiel eine Woche vorher. Aber wir haben hart gearbeitet, dass wir nach Berlin kommen konnten und wollen das vor dem Spiel, während dem Spiel und hoffentlich auch nach dem Spiel genießen. Genießen werden auch wieder die rund 75.000 erwarteten Zuschauer das Spiel in der Hauptstadt. Das Objekt der Begierde ist ja jetzt auch schon anwesend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017